Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Tutorial, wie man einkanalige elektronische Schutzschalter einstellt. Ich bin Sven und ich möchte dir zeigen, wie man den Stromwert und die Funktionen des Digitalausgangs einstellen kann. Werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Oberseite der Sicherung. Hier siehst du auf der einen Seite eine mehrfarbige LED, die dir den Status des Kanals sowie den Konfigurationsstatus anzeigen kann. In der Mitte befindet sich das Einstellrad für den Auslösestrom und den Verriegelungsmodus. Auf der anderen Seite ist der An-, Aus- und Resetknopf untergebracht. Um den Auslösestrom einzustellen, benötigst du einen kleinen Schraubendreher oder ein Betätigungswerkzeug. Damit drehst du das Rad, bis die gewünschte Amperezahl im Sichtfeld auftaucht. Einstellbar sind Werte von 1 bis 8 Ampere. Zwei weitere Einstellpositionen sind mit L und C beschriftet. Wenn du das im Sichtfeld hast, ist der Ausgang verriegelt. Das bedeutet, niemand kann den Kanal manuell oder aus der Ferne ein- und ausschalten. Der Kanal ist aus, aber der Digitalausgang wird davon nicht beeinflusst. Um den Digitalausgang zu konfigurieren, musst du zunächst den Kanal ausschalten. Wenn du jetzt den On-Off-Reset Knopf für mindestens drei Sekunden gedrückt hältst, kommst du in den Konfigurationsmodus. Die rote LED fängt an, grün zu blinken. Die Anzahl der Blinkimpulse zeigt dir die Funktion an. Einmal blinken bedeutet, der Digitalausgang wechselt von 24 Volt auf 0 Volt, wenn der Kanal ausgelöst hat. Mit jedem Druck auf den Knopf gehst du nun Schritt für Schritt durch den Konfigurationsmodus. Zweimal blinken bedeutet Stromüberwaffe. Der Digitalausgang wechselt von 24 auf 0 Volt, sobald kein Stromfluss im Ausgangskreis gemessen wird. Drei Impulse, vier Impulse und fünf Impulse sind die Überlastwarnschwellen, die bei 90, 80 und 70 Prozent der Last liegen können. Wenn die LED sechsmal blinkt, hast du die externe Relaisfunktion ausgewählt. Blinkt der Ausgang siebenmal bedeutet das, der Digitalausgang wechselt bei ausgelöstem Kanal und bei manuell ausgeschalteten Kanal von 24 auf 0 Volt. Wenn du jetzt 30 Sekunden nichts machst, schließt der Konfigurationsmodus ohne die Änderungen zu speichern. Wenn du Änderungen speichern möchtest, musst du erneut den On-Off-Reset-Taster für mindestens drei Sekunden gedrückt halten. Nun sind alle Änderungen gespeichert und du kannst mit einem erneuten drücken, den Kanal wieder zuschalten. Für die Nutzung des Fernzugriffes benötigst du ein positives 24 Volt Signal, welches für eine bestimmte Zeit am Steuereingang anliegen muss. Wenn das Signal zwischen 500 und 1500 Millisekunden anliegt, können wir den ausgelösten Kanal wieder resetten. Liegt das Signal zwischen 2000 und 4000 Millisekunden an, schalten wir den Kanal ein und mit einem anliegenden Signal zwischen 5000 und 7000 Millisekunden, können wir ihn wieder ausschalten. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat dir weitergeholfen. Wenn du noch mehr Informationen benötigst, kontaktiere einfach deinen Vertriebspartner oder schau in die Infobox, wo wir dir nach Verfügbarkeit weiterführende Links bereitstellen.